The Return of the Mamster. Wer hätte es doch geglaubt, nach der Europameisterschaft war das Orakel-Debakel von Schüttdorf spurlos verschwunden. Damals noch Hofiert im Rathaus ist das Mamster zurück rechtzeitig zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. War es zur Europameisterschaft noch die ganz große Show vor dem Rathaus, hat das Mamster in diesem Jahr den Abstecher zu den hohen Herren abgelehnt und will dahin, wo mehr Kultur herrscht, in Schüttdorf, nämlich ins Komplex. Der Konzertinitiative. Ihr habt euch ja riesig gefreut, das Mamster wieder zu sehen. Wir haben es drei Jahre gesucht. Weißt du, wo das war? Ich weiß leider auch nicht, wo es war, aber ich weiß nur, dass es jetzt ins Komplex gekommen sind. Wir sind die Konzertinitiative Zickerdunger. Das heißt, wir planen die Konzerte hier im Komplex. Wir bringen die Bands an, versorgen die natürlich auch. Wir machen das Catering und alles und wir hoffen, dass es den Leuten hier gefällt. Und den Mamster natürlich auch. Wollte gerade sagen, das hat sich Profis ausgesucht, das Mamster. Ja, hier wird komplett rundum versorgt. Und dann würde ich doch sagen, trag unser Mamster doch einfach mal zum Spielfeld. Aber natürlich. Die Freunde der Konzertinitiative Zickerdunger bringen das Mamster zum ersten Mal anlässlich der WM aufs Spielfeld. Dann wollen wir das Orakel starten. Was sagst du? Warum ich ein orangenes T-Shirt anhabe? Ja, mein Gott, weil die Holländer so bescheiden gespielt haben bei ihrem ersten Spiel gegen die Spanier. Die bleibt auf dem Elfmeterpunkt stehen. Und direkt mal! Das war ja aus dem Nichts! Aus dem Nichts schießt das Mamster geradezu ins deutsche Tor. Hat lange gedauert, aber das Orakel sagt, das Tor, in das das Mamster hinein schlüpft, markiert den Sieger des Spiels. Also ganz anders als im Spiel selbst, weil da geht ein Tor natürlich gegen die jeweilige Mannschaft. Das ist ein bisschen verrückt, aber das ist halt das Mirakel im Orakel. Und das war diesmal kein Debakel. Und die erste Botschaft ist, das Mamster lebt. Das Mamster ist zurück. Und das Mamster sagt, die Deutschen gewinnen gegen Portugal ihr Auftaktsspiel. Und damit zurück zur Ziegenbrunnen-Arena.